Philipp Sutter, was war? Nichts. Und nun? Nichts. Und sonst? Sonst wollen wir jetzt singen. Ra-da-da-da, da-da-da-da-da, ra-da-da-da, da-da-da-da-da. In der Reihe hinter mir, da sitzt ein hübsches Mädchen. Sie sitzt allein und sie ist ein Netz zu sein. Liebt sie wohl nun den Flurball? Oder liebt sie doch nur mich? Oder will sie einen Spieler? Das ging mir gegen Strich. In der Reihe hinter mir, da sitzt ein hübsches Mädchen. Ich möchte gern wissen, was sie gerade denkt. Gefällt dir wohl der Ibold oder doch der Bratwurst Freddy? Hüller, Gisin, Kujat, Hoffmann, ich nehm sie alle raus. Was will der dicke Kerl da vor mir nur? Ist sie nicht süß? Ich frag mich, warum coacht der nicht? So weich es ab. Der guckt jetzt schon seit knapp zwei Stunden ständig zu mir rauf. Das Team verliert, doch der Dicke schnallt das nicht. So schön mit zwanzig!